Rote Rosen, Leila hat einen schlimmen Unfall. Ist Olympia in Gefahr? Das Drama um Leila endet nicht mit Rote Rosen. Im Moment beschäftigt Leila vor allem die gescheiterte Beziehung ihrer Eltern in Rote Rosen. Da sie sich eine intakte Familie wünscht, greift sie schnell zu unfairen Mitteln. Um etwas für Klaas zu arrangieren, spioniert sie seine Wohnung aus. Es ist nur eine Schande, dass sie ausgerechnet von Jordis erwischt wird. Sie fordert sofort eine Entschuldigung von ihrer Tochter, doch Klaas ist fassungslos und akzeptiert Leilas Entschuldigung nicht und droht sogar. Leila ist unbeindruckt und übersieht die Drohung von Klaas. Sie zu verklagen. Das würde sie lieber nutzen, um Jordis auf ihre Seite zu ziehen. Erfolg, Klaas fühlt sich von Jordis ignoriert, um sich vor seiner Tochter zu schützen. Rote Rose, Leila ist schwer verletzt. Aber es ist nicht nur ein Familiendrama. Natürlich trainiert Leila immer noch für die Olympischen Spiele. Ein ganz besonderer Mensch kommt ihr zu Hilfe, um ihren Wunsch zu erfüllen. Heike Drexler ist Leichtathletin und mehrfache Olympiasiegerin. Leila kann tatsächlich mit dem Idol trainieren, als Mo sie kontaktiert. Es fehlt nur noch das Geld, das sie brauchen. Leila wurde klar, dass sie es nicht vermeiden konnte, Videos für ihre Sponsoren zu veröffentlichen. Nach einigen Auseinandersetzungen bat sie Marvin widerwillig, ihr zu helfen bei einem weiteren Schuss kommt es zu einem schweren Unfall. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass Leila eine schwere Verletzung an der rechten Schulter erlitten hatte. Wird das ihre Karriere ruinieren? Wie es mit der ambitionierten Sportlerin weitergeht, erfahren Sie in den kommenden Wochen auf Rote Rosen. Wer keine Folge verpassen möchte, schaltet die ARD immer montags bis freitags um 14.10 Uhr ein. Alternativ können Sie die Folge auch 30 Tage nach der Ausstrahlung in Ihrer Mediathek abrufen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.